Du willst Admin, Marlon? Ja, wieso? Wo? Wie? Hier auf dem Grundstück ist ein Zettel versteckt. Bring mir den Zettel und du bekommst OP. Was? Das ist alles Subsidien. Okay, okay, ich will das. Ist er irgendwo da drin? Irgendwo auf diesem Grundstück ist der Zettel. Oh mein Gott. 24 Stunden hast du Zeit. 2 Stunden später. Junge, wo ist das? Ich dachte, die ist Höhlen von denen. Nein, nein, als ob ich es dir so einfach mache, Marlon. Ich habe dir meine beste Spitzhacke. Ich schwöre auf jeden Fall, Marlon. Hier ist der Zettel und du bekommst Admin-Rechte. Na los, du Scheiße. 8 Stunden später. Alter, er zieht's wirklich durch, Leute. Oh mein Gott. Abonniert jetzt diesen Channel, wenn ihr auch Admin-Rechte wollt. 24 Stunden später. Alter, Marlon, du hast ja wirklich durchgezogen. Du hast mich... Ich habe dich nicht verarscht, Marlon. Der Zettel ist hier. Hier ist der Zettel gewesen.